So und da sind wir dann auch schon wieder. Rechtzeitig zurück zur Schneemann-Party des Jahres. Also manchmal backt das auch so ein bisschen. So wie jetzt. Aber zum Glück wird das dann wieder meiner Schaufel gut geschrieben. So ich würde sagen ich bin voll oder? Ja theoretisch warum muss ich rausgehen. Ich kann das auch hier alles schön zusammenfassen. Damit kriegen wir jetzt bestimmt vier Stacks voll. So na nicht ganz. Ach was heißt nicht ganz. Gerade mal den zweiten zur Hälfte. So mal wieder schön was aufbauen hier. Das sieht auch geil aus jetzt. Aber es bringt leider nicht viel. Außer dass die Spitzhacke jetzt irgendwie kaputt geglitscht ist. Ah die Schaufel. So wieder einer kaputt. Ach. Ja da sieht man jetzt auch richtig endlich die Schneewelle mal. Komm nicht so wie gerade wo wir so schnell geerntet haben. Hallo. Hallo. Nö die wollen nicht. Und der Dreckblock? Oh nein. Wieso kann ich keine Items mehr mitnehmen? Achso. Verstehe. Ja. 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 Ab rein da. Komm. Ab. Ja ja guck mich nicht so an mit deinem Creeper Face. So. Das Bett wieder hin. Eins zusammenfassen. Und dann kann ich auch den Rest hier mitnehmen. Hier mal sauber machen. Okay. Das kommt in Kategorie Server Bugs würde ich sagen. Das war die Spitzhacke die sich aufgelöst hatte weil wir da so lange rumgebackt haben an dieser einen Stelle. Wo ich gesagt habe die Schaufel hat sich halt aufgelöst. Die war halt wirklich noch da. Nur halt unsichtbar. So. Da in die Ecke müsste er nicht auch noch ne. Lampe hin. So. 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 Die Schneemänner sind doch alle wieder eingefangen. Lalalalalalalalalala. Beweg dich nicht bitte. Lol. Schade. Hey fast das ganze Inventar vollgekriegt. Kannst du nicht mal stehen bleiben. Ja die Schaufel machen wir jetzt halt noch kaputt. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Und die Spitzhack. Äh die Axt. Die Eckste hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Ja Kumpel. Schau mich nicht so an. Ich mag dein Kweeper Face nicht. Das reicht auf jeden Fall für unsere Plattform die wir da angefangen haben. Und mehr wollen wir ja momentan gar nicht. Und dann machen wir es mal wieder leer hier. Das ist auch immer mühsam hier. Ja Schneebälle in 64er Stacks. Das wäre ein Traum von mir. Ich meine bei Pfeilen geht es auch. Nur bei Eiern und Schneebellen. Die Scheiße. Und jetzt kommt nicht mit der Ausrede. Ja die Dinger sind ja auch rund. Und den Schleimbälle gehen auch zu 64er. Mal wieder hinterher. Hier könnte man jetzt übrigens auch durchaus Eisenwerkzeug verwenden. Aber ich sag mal ganz ehrlich. Das wäre hier Verschwendung schon fast. So das war's dann an Ausbeute. Schnell zusammenkraften. Dann können wir schon mal das Inventar füllen. weitestgehend. Und uns auf den Heimweg machen. Dass wir das heute halt noch fertig kriegen in dieser Aufnahme. Ich kann mich, damit ich mich morgen halt komplett auf die Türme konzentrieren kann. Und am Montag machen wir dann nochmal ein kleines gemeinsames Resümee. Was wir in diesem halben Jahr alles gemacht haben. Das ist da nicht ganz so lang die Aufnahme dann. So. Der eine bleibt hier. Schwert. Die Äxte nehmen wir mit. Die. Ach die nehmen wir auch mit. Die Stöckchen können hier bleiben. Das. 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 Ich glaub den Rest können wir eigentlich komplett mitnehmen hier. Einfach weil wir den Platz haben. So. Einmal schlafen gehen. Einen Schluck trinken. Tschüss meine Freunde. Hallo Spinni. Ich dachte die sind tagsüber friedlich. Ich glaub das ist auch inzwischen mehr ein Gerücht. So. Ah. Und ab nach Hause. Ich glaub das nächste Mal nehmen wir uns ein bisschen Holz mit. Und bauen uns dann eine schöne Brücke erstmal hier übers Wasser. Das nächste Mal können wir sogar die Kohle hier mitnehmen. Man sieht übrigens jetzt so einen kleinen Unterschied in der Färbung der Kohle zum normalen Stone. Das ist etwas was ist an diesen Random Colors für Biome. Oder Biom Colors heißt das glaube ich. Sehr gefährlich dass man da wirklich äh. Dann die Rohstoffe. Die muss man ja komplett mitfärben eigentlich. Das hat Misa jetzt noch nicht. Aber wahrscheinlich kommt das auch noch irgendwann. Das ist doch ein ganz schön weiter Weg hier rüber. Besonders man sieht's nicht. Ich starte mal ganz kurz neu. Neu. So. Ja. Dann würde ich sagen hier vorne eine Brücke. Auch wenn wir jetzt am Verhungern sind. Kommt das machen wir schnell. Ernten hier so 5-6 Bäume weg. Jetzt würde ich einfach mal sagen scheiß auf die Setzlinge. Davon haben wir genug. Auf jeden Fall brauchen wir dann in Zukunft nicht mehr schwimmen. Das ist doch auch ein Vorteil. Wenn wir Schnee brauchen. Und das brauchen wir sicher. Da wir ja große Pläne mit unserer Anlage dort haben. Unsere Wolkenstadt. Inventa. Nö. Ist ja fast leer. Schon weil ich hier zwei Knödel nicht mitnehmen konnte. Ja. Und Blümchen pflücken. Auch immer ein schönes Hobby. Und natürlich auch Kohle ernten. Das wird immer gern gesehen. Und ja. Wegen dem Futter. Aber wir sind hier auf Peaceful. Ich glaube ich gehe da nur halb runter. Wir haben ja noch eine Eisenrüstung an. Das sollte dann noch genug abfedern. Nehmen wir noch zwei Bäume mit hier. Und die Blümchen da vorne. Blümchen kann man nie genug im Lager haben. Besonders seit sie auch hier random aussehen haben. Aber man müsste bei Misa wirklich mal aus dem ganz normalen Terrain-Texture-Pack alles rauswerfen. Was sie irgendwie über Random-Funktionen oder über animierte Funktionen gelöst hat. Und dann mal gucken was da noch im Texture-Pack bleibt. Nicht viel jedenfalls. Aber ich finde es auch gut so. So kommt ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel. Und es kriegt noch mehr diesen typischen WoW-Look. Den ich bei Misa so toll finde. Ja ich weiß es gibt auch ein WoW-Texture-Pack. Aber das finde ich jetzt schon wieder sehr speziell auf einzelne Bereiche in WoW zugeschnitten. Gerade auch mit den Horde-Allianz-Unterschieden. Das kommt nicht wirklich gut rüber. Das wirkt dann schon fast kitschig. Wenn man überall eine Horde-Fahne hängen hat. Das möchte ich dann doch nicht. Oder eine Allianz-Fahne. So wenn Setzlinge schon mal rumliegen. Dann nehmen wir sie natürlich mit. Hm. So. Fangen wir mal hiermit an. Und damit. Dass wir hier. Sowas bauen. Auskommen tun wir damit eh nicht. Ich weiß. So. Wenn schon Brücke. Dann richtig. Oha. So geht es dann doch schneller. Wie war das? Wenn Brücke dann richtig? Jetzt haben wir uns auch glaube ich den weit entferntesten Platz ausgesucht um die Brücke anzusetzen. Oh mein Gott. Na ja zumindest haben wir jetzt schon mal ein bisschen was geschafft von der Brücke. So. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 Ach, wir machen das hier hin. Das heißt, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was an Birke. Ungefähr nochmal das Doppelte, was wir jetzt ohnehin schon haben. Zur Not ernten wir einfach, setzen wir einfach die Setzlinge hin. Und ernten die so lange ab, bis wir es haben. Viel Baum wird am Ende nicht mehr hier rumstehen, das garantiere ich euch. Und das war ja auch so ein Ziel, was wir hatten drumherum, um unserer Stadt wirklich alles an Bäumen wegzuernten. Dem Ziel sind wir jetzt durch unsere Baumfarm etwas untreu geworden. Aber es heißt ja nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr draußen ernten, so wie jetzt zum Beispiel ernten wir ja schon vor der Tür. Und wenn sich's halt anbietet, werden wir halt auch weiter dann immer mal wieder ein bisschen was draußen abernten. Wenn ich mich nicht irre, dann war ja mal unser Ziel, das hatten wir, oder eines unserer Ziele wirklich, dass wir so eine Art zerstörte Landschaft draußen hinterlassen, während drinnen alles fruchtbar und grün und schön ist. Aber dazu brauchten wir, glaube ich, die hier Pilzplöre. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Stimmt, wir wollten draußen überall das Pilzzeug wachsen lassen, während wir drinnen es halt... Und dann so eine, quasi so eine Weltuntergangs-Apokalypse dadurch erzeugen. Aber solange wir kein Pilzbiom finden, können wir das halt vergessen. Und das dann wirklich, so weit dann unsere Türme gucken können. Und immer wenn die Stadt dann erweitert wird, müssen wir dann auch das Drumherum erweitern. Ja, aber bis wir so weit mal sind, da vergehen noch wahrscheinlich Jahre. Da fällt mir ein, es wird jetzt bestimmt gleich irgendwann Nacht und dann stehe ich ohne Futter da, am Arsch der Welt. Na gut, das wird schon auch irgendwie passen. So, dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt habe ich natürlich die großen Bäume wieder ganz absichtlich stehen lassen. Ja, es sollte auf jeden Fall hinkommen. So. Huch. Näh. Hat man das auch besser von unten macht? Näh, ich glaube eher nicht. Wie, als ich gesagt habe, wir bauen eine kleine Brücke, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich es so groß bauen werde. Oh mein Gott, so haben wir jedenfalls eine schöne Kontinentalverbindung hier. Das ist ja schon auf der anderen Seite der Insel ein anderer Kontinent im Endeffekt. Ja, wenn wir jetzt eh schon runtergefallen sind, können wir es auch wieder aufheben. So, jetzt versuchen wir die Reihe hier mal vom Wasser aus fortzuführen. So. Autsch. Warum ich mich jetzt erschrecke, aber es ist ja nur jetzt wirklich, dass wir kein Futter haben. Noch ist es nicht dunkel. Noch. Das Schöne ist, auf der Brücke werden wir dann relativ sicher sein in der Mitte. Boah. Ja, ja, Platsch. Ach, kommt man ja doch hoch. Aber das auch sehr flach war. Boah. Wie oft sollen wir das noch passieren? Ja. Boah. Auch schön hier wieder die zwei Holzarten untergebracht. Darauf achte ich jetzt ja wirklich, dass wir mit den verschiedenen Holzarten auch gleichermaßen bauen. Hier war es jetzt mehr Zufall, weil die beiden halt hier rumstanden. Die Craftingbox kann von mir aus erstmal da stehen bleiben. Da unten drunter scheint eine Höhle zu sein. So. So. Und so. Und so. Und fertig. Ja, damit haben wir doch eine schöne, solide Brücke gebaut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir schnell nach Hause kommen. Und zwar im K.O. Verfahren. Okay, das war schon ein Schlag zu viel. Wir können jetzt nicht rennen, das ist das Problem. Das heißt, wir müssen weite Umwege um sämtliche Queeper machen. Und um jede Fallgruppe am besten auch. Oh je. Jetzt habe ich mir ja das richtige Gelände ausgesucht. Na gut. Na gut. Spinne. Enderman. Damit kann ich leben. Mit Enderman sowieso. Enderman sind mir in dieser Lebensphase dann sehr... ... ... ... ... Das ist ein Zombie. Wir hätten doch auf der Brücke bleiben sollen. Sobald wir da... Oh, das ist auch schon wieder ein Skelett. Die sind halt doof. Genauso die spinnen, weil die schneller sind. Lauf, 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 lauf. Rennt da oben was? Das wird wahrscheinlich eins unserer... Oh Gott. Ja, mach's noch spannender. Komm, 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 komm. Nicht stehen bleiben, nicht zurück gucken, gar nichts, einfach nur laufen. Einfach nur laufen. One, one. Lauf, Forest, lauf. Keine Blümchen pflücken. Auch den Pilz darfst du ignorieren. Wo kommt der denn her? Ich hör zu. Boah. Dass wir das heil geschafft haben, grenzt schon fast an ein Wunder. Und jetzt am besten nix irgendwie riskieren, sondern gleich irgendwie was futtern. Ah ne, da ist doof, da müssen wir durch die ganzen Türen durch. Hier runter. Hallo, Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Da nicht. Da aber. So. Ne, essen. So, jetzt könnte ich unsere Herzchen langsam regenerieren. So, das Birkenholz hätte ich heute gerne mitgenommen. Das können wir da oben nämlich gebrauchen. Da habe ich eine Idee. Also, das kommt mit. Das sollte auch reichen an Fichtenholz. Das kommt mit. Fackeln haben wir noch genug. Da könnten wir uns vielleicht noch so ein paar machen. So, dass wir die Kohle da gleich umwandeln. Naja. Ein bisschen viel, aber wir haben es ja momentan. Komisch. Rote Blümchen scheinen wirklich wesentlich seltener zu sein als die anderen. Monster Drops. Kürbisse erstmal hier rein. Saatgol von hinten rein. Dreck. Sand. Cobblestone. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal zwei Schaufeln. Die Spitzhaken, ja, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die brauche ich auch. Bestimmt, fürs Eis wegkloppen. So, dann mal schön zwei eigene Schaufeln machen. Und falls uns da oben jetzt was passieren sollte, was ich ja nicht hoffe, verzaubern wir jetzt einfach mal diese Diamant-Schaufel. Das sollte auf jeden Fall... Oh, das Ei möchte ich... Oh, das nehmen wir mit nach oben. Vielleicht kommt ja ein Hühnchen raus. Dann haben wir da oben ein Hühnchen am Rumgackern. Und Haltbarkeit-Effizienz. Na gut, okay, solange wir kein Pilz-Biom haben, brauchen wir eh hier kein Silk-Touch drauf. Oder Behutsamkeit, wie es auf Deutsch heißt. Ich kann mal auch einen Reih machen, wie es so übersetzt wurde. Und zwar, weil man ja wirklich behutsam auf die Sachen einschlägt, damit sie sich halt nicht in Cobblestone verwandeln oder... Also nicht kaputt gehen. Da in der Ecke fehlt auch noch irgendwie eine Treppe. So geht man ja meistens eher hier rum. Wir sollten auch mal die Felder oben abarbeiten. Einfach mal so, just for fun. Hm. Und ab nach oben. In unsere kleine Wolkenwelt. Wollten sie nicht auch mal irgendwas machen, dass Wolken nicht mehr durch Gebäude durchgehen? Und dann vielleicht wieder... angekommen sein.